Ja, nicht schlecht. Ich glaube, die haben keinen wirklichen Sinn außer den Shaos. Also, die sind ziemlich egal. Ist das es? Es könnte sein. Aber lasst uns die Brücke aussehen. Nein, die Schwebebahn fährt nicht. Wow, wundervoll. Was war das gerade? SONIC! Begon, alle von euch! Das ist alles, was ich wirklich brauche! Gather! Was ist dein Wille, Master Robotnik? Geh rid of these pests! Show them what you've got! Aye, aye, Sir! And don't disappoint me, or else! Resistance is futile! Du bist nicht die Borg! Sei also ruhig! Das war nicht mal schwer! Stop it, Sonic! Step aside, Amy! Out of my way! No! This robot is my friend! He helped me! Don't hurt him! Okay, whatever you say, you must have your reasons! Hey, this ship is losing altitude! Hurry, Tails! Take Amy and get out of here! Well, what about you? I'll find that Eggman and put him out of condition! Okay, ich hoffe, die Gamma Level sind einigermaßen gut. Oh, cutscene! Okay. If I'm to continue, I need to change this ship back to its original shape. There must be a switch somewhere on the bridge. I've got to find it now! Okay. Es gibt offenbar ein Schwimmbad auf dem Egg Carrier. Oh, warte, ich glaube, ich war schon richtig. Gott, verdammt! Komm! Nö, das... Da geht's nicht rein. Ach, jetzt geht's hier doch wieder rein. Hä? Das funktioniert aber gerade nicht. Okay. 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 book. Das bringt nichts. Ernsthaft? Ähm, oh, nein. Nein, hier wollte ich nicht hin. Ernsthaft, hier ist nur Chao Garden? Nein. 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 irgendwas machen oder nicht was auch nicht Ich verstehe das nicht. Oh Gott, die sagen hier einmal noch das Kennwort. Eintritt nur mit Ausweis. Die wahrscheinlich auch, ne? Was für ein Ausweis. Eintritt verboten. Verdammt, was soll ich mit dem Ding machen? Ich kann da nichts aufheben, nichts drücken, kein gar nichts. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, dass ich mit den Dingern was machen soll. Ne, mit denen kann ich gar nichts machen. Den auch nicht? Was machen die Dinger überhaupt? Warum existieren sie, wenn man nichts mit ihnen machen kann? Die Schwiebel waren Pferd nicht. Das ist auch ganz toll. Welchen Grund gibt es, dass ich hier nicht rein kann? Geord, warum soll denn die Dinger in die Dinger bowzen? Was mache ich? Geord. Stimmt. Was ist das die VID? Ingew reale? 그런데 Circ綵 ist das die Nummer. Was ist da drüben? Ja, warum bist du überhaupt noch hier? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in der Brücke oder was das war, falsch bin. Das geht nicht. Aber hier geht's rein. Das sieht doch interessant aus. Gottverdammt, Sonic. Ja, ich glaube, hier kann man das Schiff verwandeln. Der Schiff, um die alten Farbe zu transformieren, ist irgendwo in deinem Raum. Ja, ich�eng. Ja, ich perd bin. Das Ding, ich falle aber auch einfach durch. Dieses Ding sieht aus, als könnte man was damit machen, aber... Das Ding, ich falle aber auch einfach durch. 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 Ich falle aber auch einfach durch. Ich falle aber auch einfach durch. Das Ding, ich falle aber auch einfach durch. Das Ding, ich falle aber auch einfach durch.